Der Livestream auf Twitch startet jetzt, deshalb checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus, heute kommt er auf meinen Twitch-Kanal. Wir werden Fortnite zocken, denn in 1 Stunde und 50 Minuten beginnt der Solo-Cup, der wurde ja verlegt von Donnerstag, normalerweise ist er immer Donnerstag, allerdings wurde er abgesagt aus irgendwelchen Gründen. Ja, das Ganze werden wir zocken, vorhin hatte ich auch ein bisschen Call of Duty und so gezockt, um 18 Uhr wird auch ein neues Video voraussichtlich auf meinem Kanal kommen, solange natürlich der Upload und alles funktioniert. Habe ich aber auf geplant gestellt, also müsste eigentlich funktionieren, könnt ihr auf jeden Fall gerne auschecken, lasst mal gerne ein Follow auf Twitch da und ein Abo natürlich auch auf YouTube, würde ich auf jeden Fall riesig freuen und dann hoffe ich, dass wir uns gleich bei Twitch wiedersehen, bis dahin, ciao. Habe ich aber auf jeden Fall.